Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei die tasche hier gebaut wo man auch premium hier hochkommt ja super die architecken des bauen ein super echt gut gebaut jetzt sind wir gerade um die bühnen zu bauen dann geht noch eine wand dran zu zimmern schon mal die nächste etage anzufangen und da kommen wie immer unsere freunde obwohl ich gar keine neue aufnahme angefangen habe immer so einfach eine folge hallo ich will eine mit der fackel treten guten tag geht da oben auf der dreck an agro aber das sind drei erst mal hier lage checken was die angreifen blogger egal also einen will ich mit der fackel können dass die andere kurz warten da ist okay ein kill ich ein fach immer angreifen gegen die nicht ab mädchen nein nein ach nö das war nicht so geplant und ich weiß nicht wie viel schein überhaupt schaden macht kommt wieder oder einer von denen da kommen wir noch mehr haben wir auch schon geringer hatte immer die schickte richtig hat man schon hier erinnern weiter okay die brennt nicht okay so die brennt nicht und man kann sie mit schlagen was ein stück hier ist auch gleich so schnell macht das heißt gar kein damage streifen und es hat die wieder die textur erinnert also ist man back mir war eigentlich egal tot ist und wir bauen weiter covered in blut wo dann geht mich noch gar nicht voll aber auch die aktiven abbrechen mit dem was klickt ich ganz gut weil im kampf ein bisschen doof weil ich nicht werden aber nicht gut kommen wir unser lagerfeuer wieder an machen lagerfeuer machen dann machen wir noch das andere zeug hier aber müssen wir futtern schon na gut auf hier oben haben wir sind dringend haben wir noch rüstung ja ja schon ich will nicht essen muss ich auch die musik hören vielleicht dumm ist das zuerst noch egal ich muss noch der restlichen baumstumme landen möchte man mal gucken können wir jetzt hier weiter bauen muss man ja mal planen irgendwie drauf los bauen mit dem dach am besten noch anfangen damit ein keller aufhören funktioniert bestimmt und ging doch einige baumstumme ja ganz gut die kopfe kommen auch wieder aufmachen brauchen aber eigentlich kann ich werden wir auch alles und wird extrem dunkel so langsam aber sicher aber noch eingeborene vorhanden wird schon ganz vergessen davon und uns vorbei gerannt sind wir sollten uns auch mal um die feuer machen und lagern und feuer und zu passen hallo nicht ich will nicht gerade dahin alter vertellen ok anständig so halt darum schlägt er immer drückt nicht nix auf keine ahnung so dass die festbauen und der am feuer alter übertreibt doch gleich das scheint weit wir sagen wir wollen einfach weiter dann kommt ja unser freund nachts und deaktiver eigentlich aber irgendwie tagüber auch da war ein einzelner kann mit den irgendwas spezielles machen also er hat feuer flair bringt nix eine bombe wirklich eine bombe will ich jetzt nicht bauen bogen bringt auch nicht wirklich was eine fackel habe ich mir einfach so will ich sagen wir können so machen überhaupt da was gegner gegner tisch töten obwohl ich habe es nicht so viel ich würde nur sagen wir wollen uns einfach mal die bombe stürmer die hier rumliegen automatsch locken wollte zu zweit und fleck muss sein was sind da so hell war der laschkopf an dem ball hier liegen alter hieß die patrouille von eben der einheit die andere irgendwie gerade gefressen hallo leute aber schnell weg hier weiter voller hier hier ist licht und die nach aber auch nicht wenn man brauche dass ich da ja wenn man nicht braucht und dann dauer perfekt hier oben die verarschen ich will nicht mehr verarschen ok hat nicht wirklich was gebracht irgendwie irgendwie funktioniert das noch nicht ganz aber wir haben es gewonnen zu sehen sind drei stück von der schönes machen ich könnte das probieren das ding hat ja nicht greifen hier nicht an wenn das mir anders gut vorstellen strecken so zurück bisschen hallo hier irgendwie kommen die nicht näher keine ahnung warum also wie trauen die sich nicht ganz her an das dinge ran tja es soll mir recht sondern es ist echt positiv funktioniert kommen nicht weil ich will sich hörten aber wenn ich die schon immer so akku mache dann kommen daran also auch leute ich habe licht gemacht guck dahin ist ja alle abhauen haut ab und kill ich euch kill ich euch habe ich gesagt das gleiche wie mit dem hier um es funktioniert die hauen ab muss man von ihnen kennen also singt die freiheit ist eigentlich hier ich will schon ein bisschen action ja auch habe aber recht sein ich glaube wenn ich ewig darauf reinfallen auf das ding obwohl die ball ja auch selbst zurück weil ich wollte eine baumstimme holen also die lenkt mich voll ab und schon wenig eine folge kämpfen doch ganz gut aber ach ruhig jetzt und bomben stelle ich bin jetzt auftauch vom gebiet hat sie gerade mal hat er hat ihr wissen zu sterben einfach sagt wenn man auch noch mal eine auftauch aber der hat der hat das gut ausgewicht muss ich sagen auch schon tot kann das im heiligen baum netten soll mir recht sein was ich will in der baumstimme nun bald roden nämlich doch gar nicht ja das einzige was ich möchte den wald roden und auch so auf das marsch und zwar dringend futtern gerne und dank der herr geht denn so und dann kommt er nicht schon in deutsch war dann ich traue trotzdem ist er kommt nicht ran jetzt hat keiner ausdauern kann so die kann man dann näher ankommt alle flüchte nach dem flugzeug vergarant irgendwie sollte das auch irgendwo ein eingebauter durch ein verstärkung kann ich wetten dann können wir nicht schlafen mit herren folge wir gehen einfach futtern dann gucken weiter man sitzt könnte ja schon auf den trausten eigentlich ich muss euch auch noch so ein feuer und machen das gratis nicht so hier ist auch noch so ein chipkart ja schon wir können auch noch auf ein paar momentan und mit zehn wo noch ein finden ob wir immer auf dem form oder sechs lange geht es noch mal dann bald wieder was holen wir haben zwar noch ein bisschen was aber bleibt ja auch nicht ewig da kann ja auch mal fische angeln ja genau er wird ein sperrquartikel naja guck mal kommen jetzt machen ich habe regen und dann voll raus kommen wir diesen klug stehen hier und trotzdem fett werden ja schon wenn da kann man nach der schaffung wenn er in schlafen können da kommt einer oder mehr kopf und einen geilen hochstand hier die müssen optimieren irgendwie ich denke mal da kommt irgendwo einer kontakt er hier oben ich brüche ein bogen eigentlich nicht um die ganzen sachen für ein bogen ausgeben reinkommen und sie machen was ich werde vorbereiten leute hier so wie genau wie die mir wäre meine alle mir so ja wieder ab und wird das schiff zu behörden obendrauf gestellt kommt keiner weiterbauen hat noch herz feuer gehen wegen der man so wie wir haben jetzt in jeweils die kratzer dann minus 19 grad was ist das für eine insel hier oder planet keine ahnung planet nicht aber kontinent oder steht da steht da hallo ich verschneller halt er lasst ihn jetzt ganz schön komisch aus wie diese rote bälle ahnung denn sie noch stelle wo ich mir jetzt darum sind welche oder mir egal sollen wahrscheinlich wahrscheinlich eine wieder mehr oder viel mehr oder ein bisschen so viel aus ich habe gedacht man kann ja auch ganz kill dass gar keine hier sind okay wenn ich neuladen die wahrscheinlich wieder alle da wir wahrscheinlich auch schon festgestellt haben aber mittlerweile haben ja einige geld obwohl es ja nicht so viel gewesen oder diese folge hier also der aufnahme session quasi paar stück aber noch nicht so 910 stück glaube ich will das warten da hat ja auch minimal ruhiger glaube ich weiß ich gar nicht da irgendwie ist das hier noch ein bisschen ungünstig wenn dort geht drauf dann kann ich nicht oder doch kann ich nicht was jetzt spiel hat sich entscheiden also echt scheiße zu sagen genau umbauen hallo küll dürfte ich halt nicht du trägst ding kann man eigentlich muss als frage im kc gedrückt und hat immer aufgewählt vorher mit bomben stelle entfernt und ganz ganz so was gefühlt nur von außen leute ist noch ganz fettig gar hallo küll ich mal vorher machen vormals oben bauen gut zu wissen welches entfernt von kratz gedrückt nix entfernt und geht eh wieder unter ja dann kommen wir ja ganz ruhig ich habe sie nicht gesehen einfach mal so ob da keiner wäre ja ruhig ich weiß doch tut euch niemand anderen zum killen hab gar keine zeit mehr vor die bomben stelle leute gesagt ich habe keine zeit jetzt was ich einfach mal was der war hier jetzt mir vier zucker sind drei zwei aber was kommt an gerade er hat mir schon gerade schon jetzt kennt euren kollegen bock habt alter wurden jetzt also zusammenstellen und nicht so aufteilen der war hat verpackt minimal oder davon gefallen keine ahnung der liebten holt mir noch ich habe sie noch hier wieder auf steht ja genau das neu ist aufweist du stirbst das aber alter hat ja eingeborene schnitzeln nummer 2 2 hat nachkammer weiß wie in die folgen da steht vorsichtige frau da noch hin irgendwo war die da sind ja auch verbunden obwohl doch ein bisschen gewonnen hat man muss ich ganz schmeißen was kommen wir nicht mehr rennen und dringend wieder hier lego an das ist so umbaut habe ich kaum noch mal so ganz die dinge entfernt recht praktisch so schon fassen leute so wieder mal nicht gesehen mit musik kommst du tanzen hallo adi tanzt mit auch gut genug musiker verarschen hallo nicht wo sie können wollen hat so schön freut mich war ein bisschen musik gehört was passt doch guckt ihr geborene müde auch die musiker brauchen haben wir wieder machen musik und einfach mal nicht angreifen müssen damit dann können wir weiter bauen wir haben hier spaß bei der musik keine ahnung alle sind glücklich aber muss es nicht so dann ach hier drin ja noch ja ich auch drauf machen kann und die folge schon war wieder zu ändern ich will ich das schon teils und folgen zu machen aber problem mit einfaches hochland äußerst zu lange und das geht nicht so viel von hier umbauen aber kann man halt nicht ändern da darf noch warum stammt sehr schön naja dann gucken wir mal die folge ist ja jetzt schon wieder um dann haben wir als naja wirklich viel mal auch nicht geschafft aber die einbauen stammt auch die ganze zeit langer und das ist ja nicht mehr folgen noch aufnehmen passt schon ich will ob ich das dinge fertig bekommen ich überlege mir da mir noch was denke ich mal weil hier so drauf zu kommen echt schwer als ich dachte eigentlich hier ist ja ganz gut aber ich könnte das fenster setzen wir wollten was das was soll ja auch noch mal keine tür die fenster bitte dürfte ich bitte hier so ich brauche und unter auch noch ein ding herunter packt da nicht irgendwo fest vorher geht doch schon oben das warum halt auch noch mal gucken dann gehe ich noch hier oben drauf beziehungsweise probiere warum hier noch was gut da würde ich sagen mit dem ausblick hier verabschieden wir uns haben hat so dann kommt da eingeborene die aber dann noch scheiß streik aber nicht die folge bekämpfen wir eigentlich was immer machen macht er hier keine ahnung auf jeden fall dankeschön fürs zu sehen bis zum nächsten mal und tschüss